Hallo ARFOBS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco und ich habe jetzt kein Set für euch, sondern nur eine Ankündigung. Am kommenden Freitag in einer Woche, also am 22.04., startet unser nächstes Live-FAQ-Video, diesmal um 18 Uhr, 18 bis 19 Uhr. Wenn ihr also am kommenden Freitag um 18 Uhr bei uns einschaltet und wenn ihr Abonnenten unseres Kanals seid, könnt ihr im Live-Chat Fragen stellen. Ich sitze dann wieder hier, lese die Fragen im Laptop, hole mir Fragen raus, stelle sie dem Klaus, der hier neben mir sitzen wird und Klaus beantwortet euch die Fragen. So wie letztes Mal, vor ungefähr zwei Monaten, nur diesmal ab 18 Uhr. Und das war es jetzt auch schon wieder aus dem Noppenstein-Studio. Das reguläre Video von heute wird noch folgen. Noppensteine kann man nie genug haben und demnächst gibt es noch mehr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen und ein schönes Osterfest.